herzlich willkommen am donnerstag den dritten juni 2021 mit mir andreas bernstein von traders media gmbh auf dem kanal der ls exchange und wir haben heute auch wieder spannende themen vorbereitet wieder wären wir sprechen über die dax volatilität nach dem rekord hoch am dienstag dies nämlich verpufft kann man fast schon sagen wir sprechen über die termine des tages und natürlich auch mit einem händler in persona heute donnerstag mit dem ingmar königshofen 11 uhr 30 wird das ganze wieder auf den verschiedensten kanälen publiziert und ja ich bin gespannt was er uns für werte heute mitbringt ich kann es mir ja fast schon ein bisschen denken es geht um hoch volatile werte teilweise es geht um währungen und es geht auch um einen rohstoff wert und zwar wie in der community auch gewünscht es geht um silber also wir werden dann kurz nach 11 uhr uns darauf vorbereiten und freuen dass das video entsprechend produziert und in den äther gestellt wird ja dax war gestern und das muss man vor dem hintergrund der volatilität am dienstag sagen total ruhig also wir hatten eine handelsspanne von unter 80 punkten wenn man dieses eröffnungs hoch hier mit einrechnet wenn nicht dann waren sie tatsächlich nur 40 punkte die der markt hier hin und her schwankte also da war nicht viel zu sehen für trader auch eher ein schwieriger markt am gestrigen tag weil eben die volatilität stark nach ließ und weil man ein stück weit auch wartete was sich am us arbeitsmarkt ereignet da komme ich gleich noch mal dazu auf die termine und wenn sie so ein markt aus pendelt oder zurückhält dann bleibt im großen chart bild immer die frage ist das jetzt eine art top bildung oder ist das einfach ein langsames weiteres ansteigen und vielleicht kann ich die antwort für die zukunft die kann ich sicherlich nicht geben aber ich kann so ein bisschen auf die statistik schauen und bin der statistik sieht man ganz deutlich dass bei den letzten verlaufshochs immer ein stärkerer abverkauf erst mal folgt und bei dem letzten verlaufshoch bei der 15.568 gab es eben keinen starken abverkauf sondern ein rücklauf in der handelswoche von 220 punkten also das war im vergleich zu hier 600 hier 500 hier waren es glaube ich sogar 700 relativ wenig und die letzten vier handelstage einmal zusammengefasst gab es drei neue rekordhochs auf schlusskost basis also insofern man sieht das ganze durchaus bullisch aus wenn man diese fachbegriffe hier einmal verwenden sollte oder auf deutsch ausgedrückt der markt tendiert er auf der oberseite als dass er zur schwäche neigt und wir sehen heute morgen auch fast keine veränderung 15.600 das setra schlussniveau waren die 602 gestern also da waren wir vorbürstig schon ein stück weit drüber aber nur zehn punkte und auf der unterseite gestern nachbörslich hatten wir geschlossen 22 uhr unter der 15.600 und genau in dem bereich eröffnet der markt nach aktuellen indikationen auch seinen handel also da ist gar nicht so viel volatilität erst einmal am vormittag vielleicht zu erwarten aber vielleicht dann später und ich möchte auf zwei themen vielleicht auch drei eingehen die die märkte beschäftigen und die märkte auch ein bisschen lähmen das eine ist natürlich der arbeitsmarkt wir hatten die arbeitsmarktdaten aus dem aus den usa im letzten monat deutlich stärker gesehen und damit einhergehend vielleicht auch sorgen dass die us notenbank fed das ganze etwas bremsen könnte indem sie die zinsen anhebt also das zinsgespenst kam letzten monat erst mal kurzzeitig wieder aufs parkett zurück und inflationsängste gibt es ebenfalls weil wenn die verbraucherpreise und alles steigt dann ja dann hat der verbraucher am ende die wahl was macht er mit seinem geld konsumiert er quasi neue waren damit aber das rein ersparte das auf die hohe kante legen ohne zinsen das bringt halt nichts weil die inflation alles weg frisst also nicht alles in einem jahr aber doch sukzessive pro jahr zwei bis drei prozent weniger kaufkraft die man dann mit seinem kapital hat und genau darauf legt man dann sein hauptaugenmerk und investiert vielleicht auch ein teil seines kapitals in den aktienmarkt das was den aktienmarkt aber auch überhitzen dürfte ja die krise insgesamt die hat weltweit 126 millionen shops gekostet in deutschland wurde viel aufgefangen durch kurzarbeitergeld aber jetzt überlegt man ob eben auch so eine kleine pleitewelle vor uns her getrieben wurde die dann irgendwann auch zu einer größeren welle werden kann also das sind so die themen die uns am arbeitsmarkt beschäftigen heute kommen auch die atp arbeitsmarktdaten auf die termine schauen wir gleich noch einmal das ganze ein tag versetzt weil eben montag ein feiertag war der memorial day an der wall street wurde nicht gehandelt deswegen die daten nicht am mittwoch gestern gemeldet sondern heute kommen sie erst heraus und morgen ist dann schon die offizielle arbeitsmarkt statistik auf der agenda da bin ich sehr gespannt was hier passiert ja corona hat aber auch was positives also im sinne von arbeitsmarkt weil es nämlich für mehrere konzerne auch einen schub gab also wir erinnern uns an die corona gewinne eine home 24 an delivery hero und in den usa sicherlich eine zoom wir selber filmen auch entsprechende meetings über zoom mit und ja nutzen das auch für interviews und deswegen ist zum gewinnen explodiert also nicht wegen uns sondern weil ganz viele firmen das nutzen im home office dem videokonferenz dienst und der gewinn hat sich bei dieser firma sogar veracht hat und dass das keine normale entwicklung ist und dass das auch keine eintags fliege bleibt das hat der zugeschäft der area gang noch einmal überzeugend dargelegt und der zum kurs man hat sich hier auch ganz gut entwickelt in den letzten wochen zumindest ist ja nicht so stark unter die räder gekommen wie manch andere technologie wert zum hoch haben wir aber noch ordentlich potenzial also man darf sich den wert vor dem hintergrund der aktuellen zahlen noch einmal genauer anschauen die quartalszahlen auswählen ich will sie nicht im detail hier darlegen das würde zu weit führen sondern noch einmal einen anderen wert hier mit ins spiel bringen und zwar die amc entertainment da gab es nämlich gestern und das ist auch relativ selten eine aktie die sich im normalen handel fast verdoppelt 96 prozent anstieg gestern alleine und damit sind quasi diese kurssprünge die wir im februar gesehen haben ausgelöst unter anderem durch short seller und durch wall street bets durch die community die quasi hier gegen die lehrverkäufer wettet so kann man es wirklich sagen so muss man es sagen da gab es gestern einen enormen squeeze und die aktie hatte sehr stark zugelegt und notiert heute vorbörslich um die 60 euro also auch in deutschland ist die aktie hier an vogue wie man so schön sagt und kein geringerer als jim kramer hat gestern noch einen appell abgegeben an alle short seller das geht es nicht nur um amc da geht es auch um gamestop legt euch nicht mit wall street bets an hat er gesagt also eine deutliche deutliche worte an diejenigen die eben jetzt vielleicht auf der anderen seite sich positionieren wollen und sagen diese diese rallye ist nicht normal ist sie auch aus den bilanzdaten her nicht denn die firma hat nichts neues vermeldet es ist einfach ein kurssprung der naja ich will nicht sagen aus dem nichts aber der ausgelöst wird durch hohe volatilität und durch ganz viel volumen auf einer marktseite und dann passiert genau das bei angeboten nachfrage dass wir starke kurs veränderungen hier gesehen also jim kramer hat appelliert nicht anlegen mit wall street bets vermutlich ich würde sagen gar nicht erst mit dem wert zu stark sympathisieren als trading wert auf jeden fall sehr sehr interessant aktuell aber ein investment im sinne eines klassischen aktien investments hat sich natürlich bei so einer historie erst einmal so ein stück weit in den schatten gestellt aus meiner persönlichen meinung anstehende quartalszahlen heute da gibt es durchaus noch welche ein paar nachzügler denn die quartalssaison ist fast zu ende eine broadcom kommt heute und einen jms smoker das sind die die man kennen sollte in dem normalen umfeld und remy control remy martin also ich glaube hier geht es um getränke kennt vielleicht auch der einen oder andere das produkt die firma an sich eher weniger vielleicht aber die melden heute auch ihre quartalszahlen zum q4 2021 da gibt es abweichend vor dem kalenderjahr eben die bilanz zu sehen ansonsten ich habe schon angedeutet heute wichtigster termin die adp beschäftigungsänderung als vorbote für den offiziellen us-arbeitsmarktbericht 14 uhr 15 und darum herum baut sich der market pmi gesamtindex am morgen 9 55 aus deutschland 10 uhr aus der eu 10 uhr 30 aus großbritannien und 15 45 aus den usa 14 30 ganz regulär die ersten träger auf arbeitslosenunterstützung auch in vier wochen rhythmus quasi noch einmal angeglichen und womöglich revidiert das ist ja auch oft bei diesen zahlen der fall und 16 uhr dann der ism index der auftragseingänge im nicht verarbeitenden gewerbe und ja für die nicht produktion bezahlte preise 16 uhr dann ebenfalls also gespickte zahlen am nachmittag erhöhte aufmerksamkeit wir berichten darüber auf unseren kanälen youtube twitter facebook instagram und als hörvariante spotify dieser und apple podcast und mit dieser vorbereitung entlasse ich sie in den handelstag wünsche viel erfolg wir sehen uns nachher zum interview mit ingmar königshofen wieder bis dahin alles gute ihr andreas bernstein